In diesem Video zeige ich dir unser Upgrade für den Präsentationsmodus. In Colorboard kannst du Quicklinks erstellen, die ähnlich wie Folien sind. Wenn du nun den Präsentationsmodus aktivierst, hast du hier unten eine neue zusätzliche Schaltfläche mit zwei Pfeilen. So kannst du zwischen den Quicklinks einfach hin und her wechseln. Und das genau in der Reihenfolge, wie du sie hier festgelegt hast.